Wir brauchen nachhaltige Lösungen des Konflikts. Im Krieg gibt es nur Verlierer. Wir wollen Frieden. Wir verlangen Entmilitarisierung. Legt eure Waffen nieder. Wir fordern klare Markierung der Grenze. Wir sind ein Brudervolk. Mord an Kindern ist unverzeichnend. Mord an der zivilen Bewölkerung muss international gelenkt werden. Verbrecher müssen vor das internationale Gericht in Den Haag. Damit die Krieg nicht wiederholt werden, wir bitten, dass die Krieg nicht wiederholt werden. Wir wollen die Grenze nicht lösen. Wir wollen die Grenze nicht lösen. Wir müssen die Grenze nicht lösen. Wir müssen die Krieg und die Grenze nicht lösen. Wir bitten, die Dermilitarisierung und die Dermarkation der Grenze. Wir wünschen die internationale Gemeinschaft, dass die Krieg in den Krieg gegen die Tadjik-Militarien gegen unarmt, unprepared Kyrgyz-Civilians, die in der Batican Region in den letzten drei Tagen stattfindet. Offiziell, 31 Menschen wurden verletzt, including 1 Kind und 27 Civilians, während sie versuchen, zu escape von der Dierik-Gunfire. Hundreds von private Häusern in den Kyrgyz-Village wurden verletzt. Livestocken-Properten wurden verletzt. Die öffentliche Schulen, die Häusern in den Kyrgyz-Village wurden verletzt, und die soziale Infrastruktur-Objekte wurden verletzt mit bulldozers und verletzt. Over 30,000 mussten sie von ihren Häusern in den Kyrgyz-Village wurden. Wir brauchen die Freiheit für Kyrgyz-Village und die Tadjik-Village in den Tadjik-Village, die tatsächlich ratified die Raum-Stadte der ICC für die Krise gegen Kyrgyz-Village gegen Kyrgyz-Village, für die de facto occupation der Kyrgyz-Village, bombardment von den Kyrgyz-Village, und die Systematik-Village der Kyrgyz-Village in den Kyrgyz-Village. Bitte helfen uns! Stop attacking Kyrgyzstan! Stop attacking Kyrgyzstan! Stop attacking Kyrgyzstan! Stop attacking Kyrgyzstan! lanter Neistier Stop attacking Kyrgyzstan! Stop attacking Kyrgyzstan! Stop attacking Kyrgyzstan! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020